Hallo In die Wand geprügelt Scheisse Na gut, was habe ich erwartet? Im Prinzip ist das ganze Gastown ja Skotums Basis. Ich weiß, ich bin mir dessen vollkommen bewusst. Was ist das? Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das war's für heute. Das war's für heute. Und wach. Herzlichen Glückwunsch. 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 ... ... ... ... ... Da. Oh, no. Das ist eine andere Seite. Oh. Ja, der ist jetzt leer. Trololololol. Nee. Ach du Scheiße. Ja. Ja. ieval. Nice. Ja. W, H, 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 H. Ja! Schande! Stickele, Stickele, komm! Jetzt verstehe ich auch, wieso der im Rennen so schwer zu besiegen war. Ja! Hahaha! Ja, das stimmt! mit dem bad würde ich mich nicht so nah an die flammen ran setzen ich habe den big chief aber noch kann ich nicht verschwinden obwohl ich nichts versprochen habe muss ich meine schulden bei haupt doch begleichen und ihre vermisste tochter glory finden die armbrust die du hast also ich hätte da jetzt schon interesse dran nice Jetzt ist es dein Wettbewerb. Wettbewerb? Was? Ich habe nichts gesagt. Ich bin falsch über dich. Du bist wie alle anderen. Ich habe nichts gesagt. Hey! Wo ist die Kindheit? Sie wissen das. Ich sage sie zu glauben. Ich sage ihnen, dass sie Hoffnung ist. Hier. Sie wird hier, Hel. Das ist wo sie sie bringen. Diesen Wettbewerb mit dem Kloak und dem Stab. Hel hat sie sichergestellt. Sie sage sie. Sie sage sie ist Glorien. Sie ist Glorien. Das ist unser seltsamer Halbbruder. Sehr cute. So wie ist er die Catchphrase, oder? Was führt mich da wieder zurück? So. Jetzt. Jetzt eins nach dem anderen. Für den Ruhm. Hahaha. Hahaha. I see what they did there. And it ain't funny. Ähm. So. Dann kann man das schon machen. Und dann wieder runter. Und dann wird ordentlich aufgeräumt. Ja. Ja. Fährt sich schon mal sehr schön, Snooze. Guten Tag. Ich bin jemanden. Ich bin jemanden. Ich bin der Sub wird, und dann sie das zu frei. Hier. Hier. Es ist du.